finden sie angela merkel schön wird das hier alles aufgezeichnet ich glaube dass es in der politik nicht darum geht ob man schön ist oder nicht und irgendwie glaube auch dass das bei frau merkel gar nicht wichtig ist und da kann man ja nichts dafür ist das ja auch ganz subjektiv es gibt leute die finden den einen schön und den anderen nicht so schön und umgekehrt und deshalb ist das in der politik ob man gut also so im fernsehen ist das schon irgendwie wo alles über das fernsehen geht und mit bildern in den zeitungen wie man aussieht ist schon schon nicht unwichtig aber man sollte hat vor allen dingen ordentlich aussehen wenn man minister ist und nicht irgendwie wie ein halbgehängter da rumlaufen oder mit dem hemd aus der hose wobei das gibt es ja mittlerweile auch in europa lehrer ist was anderes lehrer werden ja ihr werdet ihr an anderen kriterien gemessen aber insofern ist das finde ich egal ob frau merkel gut aussieht oder nicht